Und zwar geht es um Vitamin D. Hype oder Hope? Es wird wohl in den nächsten Jahren in keinem einzigen Pharma-Labor der Welt eine Substanz produziert, die auch nur annähernd die Qualitäten hat wie Vitamin D. Auch im Winter kann man, wenn man draußen ist, das mit Mütze und Schal immer noch ein bisschen Vitamin D machen. Das sind Missinformationen, Desinformationen. Das sind Fake News. Die Sonne muss höher stehen als 45 Grad, sonst funktionieren sie nicht. Ach krass, okay. Und richtig Aufklärung in Richtung Gesundheit findet der kaum statt. Und sie hatten also damit zeigen wollen, dass in der Gruppe, die in die Sonne geht, dann mehr Tote sind. Was? Ist dein Ernst? Die Sterblichkeit bei den Sonnenvermeidern war doppelt so hoch wie bei den Sonnenanbietern. Wer nicht in die Sonne geht, hat das gleiche Risiko, krank zu werden wie jemand, der raucht. Dass man uns gerade echt parallel dazu eintritt, dann möchte, dass die Sonne gefährlich ist und dass wir zu Hause bleiben sollten, ist einfach crazy, wenn du überlegst. 6, 8, wir sind out of control, Sommernacht, heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu stanker. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaktion auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein. Mal wieder Thema Gesundheit. Auch sehr wichtig, finde ich persönlich. Und zwar geht es um Vitamin D. Hype oder Hope? Vortrag von Professor Dr. Jörg Spitz. Es scheint ein krasser Vortrag zu sein. Der Vortrag geht halt eineinhalb Stunden. Ich werde mir jetzt nur den Anfang reinziehen, weil ich auch noch trainieren gehen möchte. Ich werde natürlich den Rest vom Vortrag unten in der Beschreibung verlinken. Eventuell auch im nächsten Stream dann weiter noch schauen und hier hochladen. Aber erstmal ziehen wir uns jetzt den Anfang rein, um mal so ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen. Wir haben uns ja letztes Mal das Thema Magnesium reingezogen und ich finde das Thema Vitamine, Mikronährstoffe, Gesundheit, finde ich extrem wichtig. Gerade bei uns in der westlichen Welt. Wir konsumieren so viel Scheißdreck und vergessen, dass wir auch gute Dinge konsumieren können, die uns gut tun. Übrigens, eine Sache wollte ich kurz mit euch teilen. Ich habe ja jetzt mir das Sprühmagnesium selbst an den Start gefahren. Wer das Magnesium-Video noch nicht abgecheckt hat, auf jeden Fall auch hier auf dem Kanal verlinkt. Also hier haben wir das Sprühmagnesium am Start. Wird jetzt immer schön eingesprüht und ich habe echt, also ich habe echt einen Effekt gemerkt. Was Muskelkaterregeneration angeht und Feeling auch nach dem Aufstehen direkt mich mit dem Shit einzusprühen. Ich fühle mich echt gut. Also ich habe sofort einen Effekt gemerkt. Und jetzt habe ich mir, vorgestern ist es bekommen, habe ich mir noch Schwarzkümmelkerne gekauft. Ich habe davon erfahren, weil ich ein Video auf Instagram gesehen habe, wo darüber erzählt wird, dass Mohammed, also der Prophet aus dem Koran quasi, von diesen Dingern schwärmt und gesagt hat, dass diese Dinger fast gegen jede Krankheit was bringen und dass man diese konsumieren sollte. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, sie zu konsumieren. Ich versuche immer mehr, meine Ernährung in eine bessere Richtung anzupassen und gute Dinge zu konsumieren, die mir wirklich helfen. Täglich Seamoss, täglich Apfelessig, täglich Magnesium sprühen, jetzt täglich auch diese Schwarzkümmelkerne. Ich will einfach all over ein gesunder Mensch sein und ich denke oder ich weiß, dass vieles von innen herauskommt. Und wenn du innen krank bist, wenn dein Magen krank ist, wenn deine Gesundheit nicht stark ist, kann es einen direkten Effekt auch auf dein Gehirn haben, auf dein Außen haben, auf dein Leben haben. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, gesund zu sein. Bewusst zu sein und gesund zu sein sind key, auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Und deswegen rege ich auch an hier an der Stelle. Und jetzt ziehen wir uns das Video rein, Vitamin D, Hype oder Hope, Vortrag von Prof. Dr. Jörg Spitz. Daumen nach oben, Kommentar, Kanal abonnieren und los. So Jörg, dann lass mal knallen jetzt, Junge. Ja, herzlichen Dank für die Anmoderation. Meriem, sorry, ich muss einmal kurz unter... Meriem hat gerade gefragt, wie ich das einnehme. Ich packe das in meinen Smoothie mit rein. Ich trinke abends immer einen Smoothie, da packe ich Siemos rein, da packe ich Schwarzkümmelöl rein, da packe ich auch noch mal ein bisschen Magnesium für den oralen Konsum rein. Und ja, so mache ich das. Und auch von meiner Seite aus herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oder sollten wieder erwarten auch Kollegen hier drunter sein? Kollegen, Kollegen, Kollegen? Okay, habe ich mir fast gedacht. Gut, also dann steigen wir ein in die Thematik. Und man kann sagen, es wird wohl in den nächsten Jahren in keinem einzigen Pharma-Labor der Welt eine Substanz produziert, die auch nur annähernd die Qualitäten hat wie Vitamin D. Keine Substanz in jedem Pharma-Labor. Das ist mal eine heftige Aussage, würde ich sagen, an der Stelle. Sehr, sehr interessant. Wird so sein. Das heißt, allein daran können Sie erfassen, was für eine Bedeutung Vitamin D dieses alte Knochen-Vitamin für uns hat. Ich werde Ihnen also einige Dinge über diesen ganz neuen Aspekt berichten. Ich werde das aber auch noch mal einordnen in einen großen Rahmen für das Verständnis. Sie brauchen die ganzen Details nicht zu behalten, sondern es geht darum, dass Sie das Vitamin D einsortieren können in seine Bedeutung für Ihren Organismus, in seine Bedeutung für Ihr gesamtes Leben. Von der Wiege bis zur Bahre. So kann man es wirklich ausdrücken. Okay, was ich selber zu mir noch zu sagen habe, tut er? Ja, ich bin Fröser der Medizin. Schöner Saal, ne? Sieht aus wie Heidelberg-Frauenbad, Digger so ein bisschen. Im ersten Leben bin ich etwa 25 Jahre, 30 Jahre im Bereich der Nuklearmedizin tätig gewesen. Das ist eine noch mal Untergruppe von der Radiologie. Wir machen also auch Untersuchungen an Patienten, wobei wir die Patienten nicht bestrahlen wie in der Radiologie, sondern sie mit radioaktiven Substanzen verseuchen, dann aber in der Lage sind, das von außen zu messen und die Funktion zu messen. Da haben wir eine ganz tolle Untersuchung machen können für Alzheimer-Patienten und für Krebs-Patienten. Also tolle Sache. Nur seit zehn Jahren bin ich da raus und bin dann in die Prävention gestolpert sozusagen und habe dort dann angefangen, mich schlau zu machen, habe praktisch nochmal eine neue Habilitation in Prävention gemacht und bin jetzt in Sachen Gesundheit unterwegs. Starker Change, starker Change, feiere ich. Und auch dazu werde ich Ihnen etwas zeigen. Hier steht ein Haufen Titel. Das ist immer schwierig, alles auseinander zu klamüsern. Ich habe dann lange überlegt. Facharzt für Nuklearmedizin, Ernährungsmedizin, Präventionsmedizin, Institut für medizinische Information und Prävention. Geil, Digga. Was ich mich kurz und klar vorstellen kann. Und ich habe einen Begriff befunden und zwar, ich bin ein hochinfektiöser Gesundheitserreger. Und ich hoffe, dass ich auch Sie Ein hochinfektiöser Gesundheitserreger, gell. anstecken werde. Stark, Digga. Genau so, mein Jutz. Und dass Sie die Gesundheit entsprechend weitertragen werden. High-Border-Hope kommt dadurch zustande, dass die Meinung nicht so allgemein gleich ist. Sondern wir haben sehr unterschiedliche oder widersprüchliche Meinungen. Und wenn man in die Presse schaut, dann könnte man fast sagen, Sie wären vielleicht besser zum Heurigen gegangen heute, als hierher. Wenn uns im Heurigen heute auch nicht so gutes Wetter, also von da war es doch vielleicht besser, hierher zu gehen. Wie kann das sein? Nun schauen Sie mal hier. ARD Plus Minus, so ein großes Fernsehsender, wer mit dem Hype das große Geld macht. Aha, ARD wieder hier. Solange es den Mythos der Unterversorgung gibt und die Legende vom Wundermittel Vitamin D, solange können sich Labore, Ärzte, Apotheken und die Hersteller, guten Abend Herr Hersteller, über die satten Gewinne freuen. Das läuft bei uns in den öffentlich-rechtlichen Medien. Da wird das noch schlecht gemacht. Ich bin mir sicher, dass er jetzt erzählen wird, wie heftig, wichtig Vitamin D ist, gerade in Deutschland, weil wir da wenig Sonnenstrahlung haben. Warum auch immer. Da könnte man jetzt wieder die ein oder anderen Theorien anschmeißen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Wollen wir jetzt nicht tun, aber wir bekommen halt wenig Sonne in Deutschland und da ist es halt extrem wichtig, dieses Vitamin D zu supplementieren für die Knochen, aber auch für deine Psyche. Vitamin D kann direkten Effekt auf deine Psyche haben. Ich habe mich schon früh mit dem Thema auseinandergesetzt, wo ich halt einfach mit Fitnesssport angefangen habe und mich generell mit dem Thema Gesundheit auseinandergesetzt habe. Vitamin D ist extrem wichtig. Deswegen finde ich das fatal, wenn die ARD-Leute da so berichten und sagen, ja, damit wird nur Geld gemacht und so, weil da werden Menschen bestimmt weggetrieben, das zu konsumieren. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Das stammt jetzt gerade frisch vom Fass aus dem Januar, hier 3.1.18. Das war eine offizielle Verlautbarung vom Nachrichtendienst und da kam dann ein Kollege, der dafür zuständig war, der sagte, ein bedenklicher Vitamin-Banker, in Deutschland eher die Ausnahme, Michael Mühlefeld vom Deutschen Hausärzteverband. Krass. Auch im Winter kann man, wenn man draußen ist, mit Mütze und Schal immer noch ein bisschen Vitamin machen. Das sind Missinformationen, Desinformationen. Das sind Fake News, wie Trump sagen würde. Der hat eigentlich das Wort Fake News auch nach vorne gebracht, ne? Der Trump. Kann nicht wahr sein. Läuft auf die Relle im Fernsehen. Und deswegen bin ich also sehr dankbar, Birgern, dass ich die Möglichkeit habe, diese Dinge richtig zu stellen. Denn was dort behauptet wird, entspricht nicht dem, was in den wissenschaftlichen Datenbanken vorhanden ist. Und von daher muss es korrigiert werden. Schauen wir uns mal dazu ein paar Fakten an. Das ist eine Map, eine Karte von Amerika. United States, ne? Und Sie sehen jetzt, zu eingegangenen Januar, die farbig kodierte Vitamin-D-Synthese. Und im Blau sehen Sie, das ist null, nada, nothing, niente. Ich sag das auch immer, Digga, null, nada, niente, nothing, Digga. Haha, geil. Es geht nicht. Und dann kommt als nächste Information dazu, wenn man hier mal die, das oben hier ist dann New York, und wir sind aber ja in Wien. Und Wien ist dann vom Breitengrad her 78, das ist da oben. Da geht wirklich nichts mehr. Wenn sich jemand an einem wunderschönen, sonnigen 24. Dezember am Bahnhof nackig hinstellt, dann wird der sehr viel Aufmerksamkeit erregen. Ja, nee, ist klar, Digga. Und null Vitamin-D machen. Es funktioniert nicht. Die Sonne muss höher stehen als 45 Grad. Sonst funktionieren sie. Ach krass, okay. Noch im Sommer. Also wenn Sie vor 11 Uhr unterwegs sind mit dem Fahrrad und sagen, liebe Sonne, mach Vitamin-D. Es funktioniert nicht. Wenn Sie nachmittags auf der Terrasse sitzen, schlurfen genüsslich Ihren grünen Tee, weil er so gesund ist, und sagen, liebe Sonne, mach Vitamin-D, dann funktioniert das nicht. Crazy. Warum? Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, ja? Die UVB-Strahlung, die zwar energiereich ist, ist aber doch so schwach, dass die Atmosphäre sie absorbiert beim Durchgang. Immer dann, wenn sie unter 45 Grad ist, weil dann der Winkel des Durchtritts länger ist, die Strecke ist länger, und dann funktioniert das nicht mehr. Was durchkommt, ist UVA. Das heißt, Sie können sich noch einen Sonnenbrand holen, aber Sie machen keinen Vitamin-D mehr. Crazy. Also das muss man einfach wissen. Nur ist es so, dass die wenigsten Leute heute technisch noch so wie sie jetzt sind, dass sie wissen, was ein 45-Grad-Winkel ist. Was? Mach keinen Scheiß, Alter, oder? Da würde ich jetzt gerne mal eine Straßenumfrage machen. Was ist für ein 45-Grad-Winkel? Bro. Im Dritten Reich haben die das alles gerüstet, ne? Aber heute wissen die meisten das nicht mehr. Hat der gerade einen Dritten Reich-Vergleich rausgehauen, oder was? Der Typ ist ja richtig hart am Start. Und von daher brauchen Sie ein Hilfsmittel. Und es gibt ein ganz einfaches Hilfsmittel, wenn Sie im Sommer nicht wissen, macht Vitamin D schon, nicht nur, dann drehen Sie der Sonne unanständigerweise den Rücken zu, und dann macht die einen Schatten. Und wenn dieser Schatten länger ist, als Sie groß sind, steht sie unter 45 Grad. Wenn sie höher steht, wird der Schatten kürzer. Das heißt, Sie können jederzeit an Ihrem eigenen Schatten ermessen, ob Sie Vitamin D produzieren, oder ob Sie nicht produzieren. Also, es geht relativ einfach. Gut. Was da rauskommt, sieht dann so aus. 2015 publiziert worden, Vitamin D-Status in Deutschland. Und Sie sehen, das ist eine etwas einseitige Kurve. Und wenn ich in diese einseitige Kurve den Referenzwert einschreibe, 45 Grad wegen dem Hitler-Gruß, ha ha ha. Ach so, krass. Der Schatz feiert, Bro. Von 30 Nanogramm oder 15 Nanomol, dann sehen Sie, da bleibt hier rechts im normalen Bereich nicht viel übrig. Nämlich 12 Prozent. Der ganze Rest ist im Defizit. Schlicht und ergreifend. Und deswegen, ich wette mit jedem von Ihnen, heute Abend, der hier ist und nicht supplementiert, dass er im Defizit ist. Und ich sage Ihnen, ich gewinne die Wetten regelmäßig. Wer supplementiert von Ihnen? Mh, eine schöne Gemeinde. Stark. Dankeschön, sehr schön, sehr erfolgreich. Super. Also, dann haben wir das ja hier schon mal auf der Rolle. Hab jetzt seit zwei Wochen kein Vitamin D mehr da, werd jetzt auf dem Weg zum Training mir nochmal wieder welches holen. Ich meine, hier ist halt sehr viel Sonne, aber ich bin halt auch oft in der Sonne, nicht um 13 Uhr oder so, sondern ein bisschen später so. Und dann ist halt kein 45 Grad mehr. Und ganz, ganz wenige Leute sind in einem Bereich, der wirklich gut ist. Aber ich konsumiere sonst Vitamin D schon mein Leben lang. Damals hat man mitgefragt, wer supplementiert denn? Jetzt schauen Sie mal, 6% der Frauen und 1% der Männer, das war 2008 bis 2011. Also ich denke, wir sind halt in keiner Weise repräsentativ für die Bevölkerung. Okay, weiter geht's. Vitamin-Status in Deutschland. Auch das sind offizielle Daten, und zwar von unserem Robert-Koch-Institut. Das gute alte Robert-Koch-Institut. Das ist das Institut, von Regierungsgeldern bezahlt. Die haben das rausgegeben, aber natürlich nicht in Deutschland publiziert. So etwas publiziert man in internationalen Zeitschriften. Ich meine, ich gönne den Kollegen, dass sie dafür ein paar Punkte mehr für ihre Karriere einheimsen, wenn sie dort publiziert werden. Aber anschließend müsste sie in die Bild-Zeitung. Denn das sind Informationen, die wichtig sind. Also im ersten Survey wurden 97 bis 99 waren... Wieso wird das denn nicht in den deutschen Medien publiziert? ...unter Anteil im Defizit. Der zweite Service war zehn Jahre später. Da waren mehr da drin. Und wenn man das ausrechnet, dann heißt das innerhalb von zehn Jahren 25 Prozent mehr Mangel bei den Frauen und 30 Prozent mehr bei den Männern. Das heißt, wir sind in keiner Weise dabei, das Problem zu beheben, sondern es wird noch gravierender. Und warum das so ist, werde ich Ihnen zeigen. Menschen werden generell immer ungesünder. Es wird halt auch wenig über Gesundheit berichtet, wenn du dir die Werbungen reinziehst, überall und so. Selbst unser Gesundheitsministerium klärt nicht wirklich über Gesundheit auf, sondern sagt da, wenn Corona kommt, Maske anziehen und zu Hause bleiben. Da wird nicht in einem Satz irgendwie gesagt, dass auch eine gesunde Ernährung oder Sport hilft, damit man gesunder bleibt. Das wird ja von nirgends wo eigentlich einem beigebracht. Nicht mal in der Schule. Also richtige Gesundheitslehre gibt es ja nicht. Und das ist auch der Grund, warum da wird ja nur Werbung gemacht für McDonalds, für das, für dies, für diesen ganzen Schrott. Und richtig Aufklärung in Richtung Gesundheit findet der kaum statt. Musst du schon selbst Research sonst machen. Das ist unser Lebensstil, der immer Vitamin D feindlicher wird und in der Gesamtbevölkerung immer weniger Vitamin D hinterlässt. Und so sieht das bei unseren Kindern aus. Dann siehst du in den großen Werbungen und siehst du dann irgendwelche Fußballer, die Nutella konsumieren oder Bier promoten. Die selber trinken nicht einen Schluck oder nehmen nicht einen Löffel von diesem Zeug, aber die machen Werbung dafür. Das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen, Alter, das finde ich schade. Zwei Studien, hier abgekürzt Robert-Koch-Institut, die haben Kinderleihen geschlachtet, 1300, vom ersten Lebensjahr bis zum 16. Lebensjahr im Rahmen dieser KIX-Studie. Und wir haben eigene Daten, eine Doktorandin von mir hat die in ihrem Labor gesammelt. Das waren kranke Kinder, die zum Labordiagnostik kamen und wo dann Vitamin D mitgemacht wurde. Und sie sehen sehr schön in beiden unterschiedlichen Kollektiven, dass nur die Kinder im ersten Lebensjahr einen normalen Spiegel haben, nämlich 30 Nanogramm pro Mildeter. Alle anderen Kinder sind im Keller. Wie kann das sein? Krass. Ausgerechnet die Kleinen in Windeln gewickelt, haben wir einen normalen Spiegel. Wo sind die jungen Mütter? Muttermilch, wa? Die bekommen alle eine Supplementation. Weil wir wissen, seit dem letzten Jahrhundert schon, dass Vitamin D-Mangel bei kleinen Kindern Rachitis erzeugt. Und da das die Knochen verformt, bleibende Schäden hinterlässt, hat man davor richtig Sorge gehabt. Hat er sich darum gekümmert, solange es künstlich... Das wilde Kamera-Vibes hier... ...hat man es genutzt, um entsprechend die Rachitis zu beseitigen. Nur als man damit angefangen hat, war es so, dass die Kinder, sobald die laufen konnten, rausgegangen sind und draußen gespielt haben. Heute gehen die Kinder nicht mehr raus. Das heißt, die spielen immer noch, aber drin mit der Playstation oder dem Computer. Und das heißt, dass sie kein Vitamin D mehr machen. Leider Gottes setzten wir aber immer noch im zweiten Lebensjahr Vitamin D ab. Alle Kollegen, die vorher gesagt haben, müssen sie einnehmen, sagen, nun braucht das Kind jetzt nicht mehr. Was wir sehen, ist ein Mangel. Das heißt, alle unsere Kinder wachsen im Mangel auf. Was daraus kommt, wissen wir noch nicht. Ich werde Ihnen viele Sachen zeigen, wo wir wissen, bei den Erwachsenen, die einen Mangel haben, was da passiert. Aber was mit einem Kind passiert, was in der Zeit, wo es wächst und wo es sein Gehirn noch ausbilden soll, was da passiert, das werden wir in 20 Jahren erfahren. Aber... Parallel dazu noch schön mit TikTok vollgeladen, die JungsInnen. Schön am Swipen den ganzen Tag. Das kann nur... Also die Zukunft kann nur gut aussehen. Stabile Kinder gemacht werden. JungsInnen im Chat, macht Kinder mit gutem Mindset. Ich weiß, dass ein Großteil hier im Chat auf jeden Fall ein gutes Mindset hat, ein gutes Herz hat und bewusst ist. Wir brauchen mehr bewusste Kids. So ist es. Und auch hier hochrangig, hier steht es nicht, aber hochrangig im Ausland publiziert. Und als ich die Daten vom RKI haben wollte, haben die gesagt, was willst du damit? Wer bist du überhaupt? Nichts da. Nur kein Unruheschaffen. Denn wenn man das in die Bild-Zeitung geben würde, alle Kinder haben einen Vitamin-D-Mangel, müsste man ja etwas tun. Dann müsste biogene Sonderschichten einlegen, um so viel Vitamin D zu produzieren, dass die gesamte Bevölkerung unter Vitamin D gesetzt würde. Und das möchte man nicht haben. Diese Laus setzt man sich nicht in den Pelz. Und deswegen wird so etwas eben nicht publiziert. Diese Laus setzt man sich nicht in den Pelz, Digga. Ich feiere seine Kommunikationsart und Weise. Das ist schon interessant, oder? Manchmal fällt so etwas aber doch auf. Und zwar, diese Publikation stammt vom AKH. Hier aus Wien. Eine Artikel der Nährungsmedizin publiziert. Ich werde diese sehr aufwendige Grafik eben nicht erklären, sondern hier unten sagen, 9,4 der Wiener Schulkinder zwischen 11 und 13 Jahren zeigt im September und Oktober ein Vitamin-D-Spiegel über 30 Nanogramm. Das ist wie unsere deutsche Studie. 10% sind auf der guten Seite. Aber im Sommer oder am Ende vom Sommer, wo wir also ja alle angeblich einen normalen Spiegel haben, schon da haben 90% einen Mangel. Wenn wir jetzt dann in den Winter gehen, nämlich zu dieser Zeit, dann kam das raus. 0,9% der Kinder hatte noch einen normalen Spiegel. Das sind unsere Schulkinder. Und zwar hier in Wien, nicht irgendwo. Aber warum sollte man was dagegen tun? Katastrophe. So viel zum Mythos unterversorgen. Gibt es nicht. Pussekuchen. Okay, dass das kein deutscher, ein deutsches Problem ist, zeige ich Ihnen hier. 2014 publiziert worden. Grün, wie bei der Ampel, heißt okay. Rot, ganz schlecht. Und Sie sehen, die Mehrzahl der Studien, jeder Kreis ist eine Studie, international, von der ganzen Welt aufgelistet. Zeig mal näher, Digga, das würde mich interessieren, welche Orte auf der Welt da besser versorgt sind. Sie sehen, es gibt kaum Studien im grünen Bereich. Das heißt, auch in allen sonnenreichen Ländern ist der Vitamin-D-Mangel da. Warum? Es ist keine Frage des Breitengrades mehr, wie früher. Je höher der Breitengrad, umso schlechter die Sonneneinstrahlung, sondern ist es unser Lebensstil. Wir sitzen allertags über drinnen und haben entsprechend keine Sonne mehr. Außerdem paar Berufen, wie der Gärtner oder der Straßenbauarbeit. Viele, Digga, aber hier sind viele Leute noch unterwegs. Üsig draußen unterwegs, weißt du? Aber ja, also ich zum Beispiel bin hier auch tagsüber drin, weil ich streame, Digga, jetzt um die Zeit, wo die Sonneneinstrahlung eigentlich die beste ist. Die noch draußen sind. Aber selbst die von, bei denen von Und dann wird uns ja noch beigebracht, parallel gerade, dass Sonne gefährlich ist, ne? Dass man sich eincreben muss und dass man ab einem gewissen Gradzahl auch zu Hause bleiben muss, ja? Schön in den Lockdown, Digi. Nicht, dass du noch genug Vitamin D aufbaust, dass du glücklich und gesund bist. Können wir nicht zulassen. Wir wollen hier schöne Zombies haben. Schutzkleidung anzuhaben, werde ich Ihnen auch noch zeigen. Das heißt also, es gibt ganz wenige Länder, wo gemessen worden ist. Häufig sind das Länder, die ganz, ganz weit hintendran in Entwicklung stehen, wo die Menschen eben noch nicht in den Gebäuden arbeiten und so weiter. Dann ja, aber ansonsten ist... Zeig mal her, die Liste, mal Jutz. Da kannst du mal bitte... ...gesamte Weltbevölkerung auf dem gleichen Trip und damit in die Zivilisationskrankheiten. Diese Krankheiten heißen zu Recht Zivilisationskrankheiten. Ob Herzinfarkt oder Tumor oder Zucker oder was auch immer. Es gab es früher nicht. Ich kann mich daran erinnern, als ich anfing zu studieren, da gab es so gut wie kein Diabetes in Deutschland und ganz, ganz selten Tumor. Und die ersten Herzinfarkte sind die Kollegen von München nach Hamburg gefahren, um einen Patienten mit einem Herzinfarkt anzuschauen. Und die Rheinländer haben dann gesagt, that is the Manager-Krankheit. Ja, warum? Die Manager waren die Ersten, die das schlechte Leben hatten. Das falsche Leben, den falschen Lebensstil. Und dann ist nach und nach, nachdem wir ja eine Wohlstandsrepublik geworden sind, alle anderen nachgezogen. Heute haben zwei Drittel der Menschen im Alter ein Herz-Kreislauf-Problem. Und ein Drittel hat Krebs. Das heißt, wir sind alle krank. Warum? Nicht, weil das genetisch bedingt ist. Weil wir nicht mehr leben, wie Menschen eigentlich leben sollten. Ja, 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 ja. Oder hatten wir nach dem Krieg diese Gene nicht mehr? Da sind ein paar Leute verhungert. Aber der Rest war pumpol gesund, wie man sagen konnte. Trotz des Stress vom Krieg. Weil wir einen anderen Lebensstil hatten. Das Problem ist hausgemacht. Ich komme am Ende nochmal drauf zurück. Das hätte ich jetzt gerne gesehen, welche Länder noch gut dastehen. Die Schweden sind bestimmt Mexiko dabei, bin ich mir fast sicher. Wie er sagt, Entwicklungsländer, ne? Sie sollen es wissen. Von wegen Achtung, geh nicht in die Sonne, es ist tödlich. Die haben 30.000 Frauen, haben sie 20 Jahre lang nachuntersucht. Das ist also eine stramme Leistung. Muss man in den Hut vornehmen. Und sie hatten also damit zeigen wollen, dass in der Gruppe, die in die Sonne geht, dann mehr Tote sind. Und was kam raus? Was? Sonnenexposition und Sterblichkeit? Ist dein Ernst? Die Sterblichkeit bei den Sonnenvermeidern war doppelt so hoch wie bei den Sonnenanbietern. Krass. Die wollten eigentlich sagen, dass Sonne gefährlich ist. Das ist doch auch wieder ein Plan. Broth. Und dann ist das rausgekommen. Das ist das Gegenteil von dem, was man primär gedacht hat. Ihr Maniacs hatte. Das war das, was ich eingangs gesagt habe. Nichts ist so wirksam wie Vitamin D, um die Gesundheit zu erhalten. Und diese Frauen haben es gezeigt. Und die wollen uns heutzutage echt, also vergleicht es doch mal mit dieser Propaganda, die gerade gestreut wird. All die Sonntage, wir haben zu heftige Sonne und die Hitze und bla bla bla. Dass man uns gerade echt parallel dazu eintritt, dann möchte, dass die Sonne gefährlich ist und dass wir zu Hause bleiben sollten, ist einfach crazy, wenn du überlegst. Wenn das mit eine der Lösungen ist gegen diese heftigen Krankheiten und damit wir einen vernünftigen Vitamin D Haushalt haben, so rauszugehen, in der Sonne stattzufinden und jeder, der noch ein eigenes Gefühl hat und dennoch selbst denken kann, dem ist es auch bewusst, dem ist auch klar, dass wenn Sonne scheint und wenn es warm ist, dass es einem automatisch besser geht, als wenn es grau ist und es den ganzen Tag regnet. Das ist, was soll ich dir sagen? Das ist eigentlich ein normaler Menschenverstand. Das sagt dir eigentlich jeder. Nicht eigentlich, das sagt dir jeder. Wenn er geht, stirbt deutlich später. Es gibt einen alten Spruch, der hieß, weil du arm bist, musst du früher sterben. Das stimmt aber schon nicht, denn es wird immer arm gegen Reich ausgespielt, aber das ist nicht das Thema, sondern weil du dumm bist, wer arm ist, hat häufig eine schlechte Schulbildung und hat keine Gesundheitskompetenz und stirbt deswegen früher. Also das war schon nicht richtig. Ich habe unter dem Eindruck dieser Publikation dann diesen Spruch umgemünzt und sage heute, weil du unterbelichtet bist, musst du früher sterben. Aktenkunde. Fühlig. Was auch noch rauskam war, die haben dann das Ausmaß der vermehrten Erkrankung verglichen mit anderen Lebensstilfaktoren. Und es kam raus, wer nicht in die Sonne geht, hat das gleiche Risiko, krank zu werden, wie jemand, der raucht. Kippt euch das mal. Ich bin auf der Zunge zu gehen, also rauchen ist wirklich Blödes, was man tun kann. Aber das ist genau das Gleiche. Und die ärmsten Schweine waren die, die nicht in die Sonne gegangen sind und noch geraucht haben. Die sind noch früher gestorben. So, also geht es weiter. Ich habe meinen Vitamin-D-Barometer mitgebracht aus meinem Buch. Da zeige ich, dass 30 Nanogramm die Grenze ist, wobei diese 30 Nanogramm, wohl verstanden, das ist, wenn man es mit dem Auto mal wieder technisch vergleicht, die unterste Marke vom Ölstand in ihrem Motor. Und damit fährt keiner. Da legt jeder noch einen Liter zu, damit nichts passiert. Deswegen sagen wir heute auch, bitteschön, irgendwo so 40 bis 60 Nanogramm haben, dann ist es gut. Legen Sie unter 30, ist schon etwas bewölkt, die Gesundheit. Andrew sagt, wo willst du hier in die Sonne gehen, wenn sie nie kommt? Ja, das ist traurig, ich fühle das. Ich habe das auch. In Deutschland, immer wenn ich in Deutschland bin, da sauge ich jedes bisschen Sonne. Wenn nur ein bisschen Sonne scheint, dann gehe ich irgendwo hin, wo ich tanken kann. Weil die halt nicht oft da ist. Du musst mal supplementieren, Bro. Soll ich dir sagen. Und unter 20 haben Sie schlechtes Wetter. Da haben Sie schlechte Karten, dass Sie irgendeine chronische Krankheit ausbrüten. Niemand fällt dort um, der zu wenig Vitamin D hat. Aber auf Dauer wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit krank. Und diese Wahrscheinlichkeit ist ungefähr doppelt bis dreimal so hoch, wie zu denen, die normale Krankheit haben. Ich werde Ihnen das noch weiter zeigen. Aber dieses Barometer hat noch einen zweiten Sinn. Und zwar, Sie sehen, eine doppelte Skala da. Und zwar einmal haben Sie Nanogramm pro Milliliter und einmal haben Sie Nanomol pro Milliliter. Und es ist ganz wichtig, dass Sie wissen, wenn Sie einen Wert gesagt bekommen, ist der Nanogramm pro Milliliter oder ist das Nanomol pro Milliliter. Leider sind die doofen Labors nicht in der Lage, sich zu einigen, ob Sie Nanomol oder Nanogramm machen. Ich habe auch ein halbes Jahr gebraucht, bis ich kapiert habe, dass es ganz einfach umzurechnen geht. Wenn Sie die Nanogramm mal 2,5 nehmen, dann kommen dann Nanomol raus. So einfach ist es. Nur, wenn Sie nicht wissen, ob jemand Nanomol oder Nanogramm hat, dann sehen Sie sehr alt aus, noch älter als ich aussehe, weil, schauen Sie mal, wenn jemand 50 Nanogramm hat, dann ist er hier in der Sonne. Super, super, super. Hat er 50 Nanomol, dann ist er fast unten im Keller bei den Kranken. Das ist das Problem. Also wer stolz berichtet, ich habe 50, ich habe 50, Sie müssen wissen, Nanogramm oder Nanomol. Wissen Sie es nicht, können Sie es zu dem Wert nicht sagen. Schicken Sie es heim und sagen, sag mir mal, was dahinter steht. Dann kann man es wissen. Okay. Man hat mal geguckt, was braucht man. Vitamin D-Status von wild lebenden Affen. Ja, okay, das nehmen wir noch mit und dann werde ich ins Gym gehen. Was ist denn natürlich, was ist denn normal da? Und da man wirklich Naturvölker kaum noch hat, hat man ein paar Affen sich genommen, die ja unsere Vättern sind, 2017 publiziert und gesehen, also aus verschiedenen Bereichen, erwachsene Tiere, junge, ältere, schwangere und so weiter und so fort. Und was kam raus? Der mittlere Spiegel war 60 Nanogramm pro Milleter. Unsere Brüder haben das auch. Also von daher, 40 bis 60 Nanogramm können Sie sagen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Krass, muss man mal messen lassen. Aber dann gibt es noch Spezialisten, die sagen, ja, aber man kann es doch essen. Ich mag Ihnen sagen, man kann es doch essen. Ja, gut. Ich küsse euer Herz, Freunde. Vielleicht gucken wir uns die Dokumentation noch weiter an. Ich fand das auf jeden Fall sehr wichtig und ich werde es mir, wenn ich es nicht im Stream weiter anschaue, werde ich es mir privat noch reinziehen. Mir war schon bewusst, wie wichtig Vitamin D ist, aber hier kann man noch mal ein bisschen mehr Informationen bekommen und ich hoffe, dass ich den ein oder anderen eventuell angeregt habe, sich mit dem Thema Vitamin D auseinanderzusetzen, auch bei YouTube. Eure Gedanken dazu immer in die Kommentare unten rein, Hinweise etc. pp. Liebe geht raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Gang. Lustig.